hallo meine lieben zuschauer und willkommen zurück zu einem neuen let's play naja nicht wirklich neu aber ja wir spielen diesmal survival games auf high und mit dabei ist wieder der java glp hallo wir haben es geschafft wirklich auf eine arena zu kommen weil es genau nach würde ich mal sagen so tausend anläufen ungefähr weil heifisch mit survival games echte schlimmstehen muss man echt sagen ja und ich mache jetzt meine playlist dann macht das ich mag es war eine neue echt ja meine survival games play ist man mit englischen ländern keine so japanische okay um ja sind noch wie lang ich sehe es nicht wegen dem chat 16 16 sekunden ok gut ja so machen da sogar ein vip drin ich glaube der macht uns alle alle naja glaube ich nicht erst mal jump in land zu suchen ok 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 es geht los ok du bist du die arena kenne ich nicht ich sehe die kisten nicht die kisten werden gleich gespawnt was ist das für eine kaka ok 40 sekunden ich bin so aufgeregt und ich weiß nicht warum ich kein minecraft hintergrund hintergrund abguck jetzt sind die kisten da acht stück versucht zu irgendeiner hinzureden irgend ist egal irgendeine ok also ich werde mein bestes versuchen ja und dann einfach wegrennen 15 sekunden noch ja einfach wegrennen weil zusammenspielend ist ja auch schwer auch gott die map kenne ich die haben wir auch ja ok gut ich kann dann gleich zu dir ok ich habe kein sprint scheiße einfach weg bist du ok hier hier weg 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 laufst du mir hinterher nein da kommt noch jemand laufst du mir hinterher ich habe einen apfel ja den den habe ich da hinten einer mit schwert hinter uns da ist eine kiste da ist eine kiste da ist eine kiste zwei cookies egal zwei cookies komm her hier 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 wohin einfach weiter immer weiter du kennst doch bestimmt die ganzen kisten die oder die sich heißt die werden random gespawnt ach das ist da links ist eine kiste wenn du was hast gibts mir ich bin schlecht in den kisten finden ok warte 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 hast du was hier ja uh was ist das eine axt hahaha mach zumindest mal schaden gut ähm wohin jetzt immer immer weiter weg das ist wichtig am anfang immer weit weg bei half ah ich renne nicht mehr echt brauchst du essen nee ich hab genug ich hab einen apfel ok warte hier ist bestimmt auch was ich sehe hier nichts ich sehe hier nichts achso wo die meine helligkeit hier ist eine kiste da ist ein eis nehmt ihr das steinschwert raus ja ich hab ein steinschwert ja ich auch gut kommen wir hier raus ja hier kommen wir raus wir werden schon gewinnen also wenn wir zu zweit sind hast du einen apfel nimm dir ich hab vorhin auch einen apfel gefunden ich hab vorhin vor ich ähm für die ähm für das infovideo habe ich auch survival games hier aufgenommen war ich beim deathmatch war ich echt erstaunt ja aber da bin ich die ganze zeit außen außen entlang gelaufen aber dann ging da irgendwie mal so schaden da hab ich mal so schaden bekommen und das laune ist also wir müssen aufpassen nicht die ganze zeit am rand laufen ok also das merke ich mir jetzt am besten scheiße ja man kann hier ja die blätter kaputt machen da ist ne kiste ich sehe ne kiste ich sehe ne kiste oh 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 da hinten äh die spawnen die eigentlich wieder wenn man die genommen hat ne warte wo bist du hier warte wo bist du hier äh hier hier uuuuuh was ist das ne chain chain oh ketten gut äh ich musste mal den apfel essen oh mein gott wir brauchen was zu essen ich hab cookies ok ich glaub hier sind auch kisten ja klar kenn ich die map die haben wir auch ja ja ich weiß hier ist ne kiste sooo wo da ist einer da ist einer voll drauf voll drauf 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 jawoll der ist tot hast du die kiste geleert oh cool sonter ich hab nen diamant oh nice 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 warten wir bis wir na warte ähm was brauchen wir alles warte hier das ist für dich nicht aufmachen mit dem schwert kannst du keine kisten aufmachen mit allem außer schwert kannst du kisten aufmachen achso ja ich weiß auch nicht irgendwie scheiße äh 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 das pack ich mal da hin so ja okay hast du ne angel äh nein okay weil mit ne angel kannst du leute fern halten von dir echt ja also gibt die rückstoße oder was ja hier pass auf guck ich mach aber glaub kein schaden ähm ah okay gut das ist gut ja doch noch gewinnen wie viele sind noch übrig ähm tab ich glaub 12 wenn ich's richtig gesehen hab also der vip ist schon mal rausgeflogen okay die spawnen eigentlich die kisten also ähm random halt irgendwie die ganze zeit oder nur ne bestimmte Dauer halt am anfang auf der ganzen map ah okay warte ich kann mir eine pilze machen falls du essen brauchst falls du essen brauchst ja ich bräuchte bald hier nimm die yay oh bei mir ist das ein bier hehehe echt ja also in meinem texture pack ist das ein bier da hinten ist ne kiste von die nicht gell da 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 ich glaub ich muss mal öfters survival games aufgenommen ich glaub ich sollte weniger scheiße die ist leer die ist leer ich glaub ich sollte öfters survival games auf 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 äh aufnehmen weil ich hab immer gedacht ich wär so schlecht darin wir werden später sowieso so fertig gemacht meinsch ja glaub ich schon scheiße echt wie komm ich jetzt da wieder hoch hey hey hast du es geschafft ja so da ist ein crafting table okay brauchen wir den kannst halt nichts abbauen oh ne kiste oh ok kiste mit gold schnur goldschwert was da data couple kein diamant oder ne ne ah schade ich kann nicht nicht oh boah ok ab hier kenn ich die map überhaupt nicht also ich auch nicht ich kannte die map vorher auch nicht also es ist ja egal aber ich finde es immer gut wenn man so neue maps hat weil ehrlich gesagt auf 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 ja ich glaube hier schon eine kiste also eine muss jetzt eine muss hier mindestens sein hey du lässt mir meinen weg und hast mich runter geschubst sorry ist keine alter was im ernst ja elf elf leben noch alter ohne witz jetzt nicht runter nicht runter erst mal aufs dach ha erst mal aufs dach also ich bin grad wieder runtergegangen ja ok ich komm wieder hoch ne ne ich guck bloß ob hier so ok ob ich hier leider kann man alle abbauen ja mhm ok du bist jetzt ganz unten ah ich seh dich komm mal wieder an den oder ja oh warte ich muss jetzt mal mein bier trinken nom 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 ja oh so was mhm hier gibt es nichts ok aber das ist ja blöd sowas ist für mich eine richtige dumme falle ja klar da denkt man da ist was ok hier ist null ich hab fast kein essen mehr oh oh ich hab dir alles weggegessen ne ich hab noch einen kürbiskuchen oh nein warte der ging es doch runter grad echt ne oder ist nix ne ne ja auch nicht ah 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 wo bist du einmal aus nix ja genau ich sprinte jetzt einfach mal nicht weil verbraucht ja weniger essen ja ich hier ist ne kiste hier ist ne kiste hier ist ne kiste hier ist ne kiste was ist da drin goldschwert ich hab noch was drin das ich kochen kann äh ne ich hab ein goldschwert und essen hab ich halt bekommen falls du brauchst doch ne kannst du mehr gebrauchen ich hab nur zwei hunger ok boah wo sind hier kisch ne ich glaube ich sollte mal eh bestes survival games spielen oder öfter oh da oben ist glaub ich ne doch nicht bist du hin zum wasser nach unten ah da bist du ok äh kriegen wir eigentlich irgendwas aus dem blättermausse wenn die kaputt schlagen boah coole frage oh da hinten ist ne kiste im wasser echt oh ja ich bräuchte was zu essen hier ist ne kiste hier ist ne kiste du bist genau ja geh mal da hin ich geh da hin in der kiste oh lol fuck jetzt hab ich das kaputt gemacht äh äh öh die hat er mich gekillt lol wir kommen ok ich ich spectate dich oh da ist einer bin schon mal rausgeflogen Prozent verpiss dich du Nudel alter jo ah ok der hat mich gekillt jetzt kriegt er meine Sachen kill den wo ist der da ja ja komm her du Depp ja nix ha 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 ja komm doch her du voll schnitzel ich hätte jetzt nen Bogen alter siehst du ob irgendwie hinter mir einer kommt oder so neiiiin 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 oooh ok, gut komm lächer mich schnitzel nein keine tics ne wo Nein, ich kann nicht rein gucken. Einfach mal wieder angreifen. Ja, der ist schon feige. Alter. Wenn du nämlich unter Wasser bleibst, kann der dir keinen Schaden machen. Der hat mir Schaden gemacht. Ich hab mich schon gewundert. Wie hat der mich eigentlich gekrofft? Anscheinend hat der einen Bogen oder so gehabt. Nee, der hat keinen Bogen. Hä, wie hat der mich denn gekillt? Der war ganz woanders. Ich kann es dir nicht sagen, darfst du Essen? Erstmal Essen mitnehmen. Mach das. Du hast die Kiste da hinten gesehen, oder? Ja, der hat die mitgenommen. Die hat der. Alter, was ist das hier für eine ewige Folge? Ich hab gedacht, wir machen jetzt mal kurz survival games. Ja, komm du Pisser. Wo bist du? Hast du Schiss oder so? Echt, ey. Nur der Zeit mal kurz gelegt, einfach mal. Okay, warte. Ich helfe dir ein bisschen aus, einfach. Druck für dich. Okay. Da ist ein Pferd. Ich brauche Kisten, ey. Ich brauche Kisten. Da ist er. Da ist einer. Da ist er. Boah, Alter. Komm her, komm her, komm her. Boah, Alter. Komm her. Also, was? Hä? Also, was? Wie? Boah, die waren auch zu zweit. Echt? Ja, die waren auch zu zweit. Oh, nein. Okay, wie viele? Also, ich habe hier 14 Minuten. Ich glaube, das reicht auch. Jo, hoffe ich doch mal. Und ja, also dann beende ich mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, schaut auf unserem Kanal noch vorbei und nicht vergessen, abonnieren. Anders komme ich zu euch nach Hause. Kommentieren und einfach alles. Ja, tschüss. Tschüss.